Wie läuft denn jetzt so eine Imagefilm-Produktion genau ab? Weil Sie müssen ja wissen, worauf Sie sich einlassen, um Ihre Zeit entsprechend einteilen zu können. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Produktion eines ca. 3-minütigen Imagefilms etwa 1-3 Monate in Anspruch nimmt. Diese Zeit unterteilt sich dann in drei Phasen. Der Vorproduktion, das heißt der Drehplanung und Konzeptentwicklung. Der Produktion, dem eigentlich nur wenige Tage lange Dauerndem Dreh. Und der Postproduktion. Das heißt des Schnitts, der Animation, der Vertonung, der Farbkorrektur und so weiter. Wir nehmen Ihnen dabei natürlich so viel Arbeit wie möglich ab. Und zwar mit Checklisten und einem individuellen Projektplan. Wie lange jede dieser Phasen dauert, hängt von zwei Dingen ab. Zum einen natürlich von Ihrem konkreten Projekt. Das heißt, wie viele Drehtage sind notwendig? Wann stehen Drehorte bereit? Wie viele Filme sollen überhaupt entstehen? Und natürlich der Dauer Ihrer internen Abstimmung. Zum anderen aber noch von etwas viel Wichtigerem. Nämlich Ihrer Deadline. Wenn der Film bis zu einer bestimmten Zeit fertig sein muss, dann stellen wir ihn auch bis dahin fertig. Garantiert. Wir passen den Ablauf ganz auf Ihre Ziele und Umstände an. Damit haben Sie nicht nur pünktlich Ihren Film, sondern auch mehr Zeit für andere Aufgaben. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020